willkommen zurück beim witcher wenn meine rechnung stimmt ist das jetzt insgesamt die 401 folge die ich hier aufnehme ist ein haufen holz hat ja immer die hoffnung dass das sich irgendwie mit einer geraden zahl rauskomme am ende aber das wird nicht ganz klappen vielleicht wird seine schnappszahl wäre ich auch ganz zufrieden ich glaube dass mit der brücke das durch plötzlich nicht an aber es kommt wahrscheinlich irgendeine obskure zahl raus an folgen insgesamt auch blood and wine wird wahrscheinlich nicht bei obwohl kann ich sie noch mal hier pfeifen wird nicht auf exakt 100 folgen rauslaufen ich hätte nicht gedacht dass das noch mal 100 folgen sind aber ich hätte es ja wissen müssen weil irgendjemand meinte ja das sind dann noch mal 40 stunden also noch mal ein eigenes rollenspiel ich habe mittlerweile irgendwie auch das gefühl dass blood and wine das hättest du auch witcher 4 nennen können ist eigentlich ein eigenes spiel neues szenario neue geschichte also ich glaube wenn cd projekt nach cd projekt red nach cyberpunk doch sich entscheidet hierher zurückzukehren und neue switcher spiel macht ob dann mit serie in der hauptrolle oder nicht das ist einer der wenigen momente wo auch ich dann etwas austicken werde weil ich mich da sehr drauf freue aber jetzt kommt ja dann erstmal die serie auf netflix bin sehr gespannt weiß auch immer noch nicht ob es sich lohnen würde das zweite mal zu spielen habe da nie richtig reingefunden das erste habe ich zweimal angefangen entschuldigung dass ich jetzt den text ablasse was mir gerade einfällt das erste werde ich nicht mehr spielen da war ich einmal so viertel durch einmal halb durch und das feiern ich nochmal an das und das zweite bin ich nie richtig reingekommen mal gucken habe jetzt mit disco elysium genug zu tun und outer worlds ist scheinbar ja auch ganz toll und prey und kingdom kann sind auch noch auf der liste und cyberpunk kommt auch noch also rollenspiel mäßig gibt es ja noch ein bisschen was mit oriana wollen wir sprechen denn der vampir ist tot oh nein das habe ich mir schon fast gedacht oder aber som halt euch oder verbrechen ich euch und ich Es wird. Aber noch nicht fertig. Ich habe noch etwas mehr zu tun. Du. Die Orphanage. Du bist ein Weinzimmer, richtig? Ein Larder für Blut? Ich habe nie gesagt, dass ich diese Kinder aus der Kindheit zu helfen. Geh raus, kleiner Mann. Und lock die Tür hinter dir. Nein! Nein! Sie haben uns nicht zu hören. Frau Orianne hat uns geholfen. Sie hat uns aus der Straße gebracht. Sie hat uns herbe. Sie hat uns herbe. Sie hat uns herbe. Sie hat sie gesehen. Sie sehen, Wücher? Der Welt ist nicht schwarzen und schwarzen. Sie sind aus allen verschiedenen Arten. Ich habe die Kinder, aber nicht so viel zu tun. Und ich habe sie ein sehr vieles in zurückgegeben. Sie wollen mich bedankt? Sie haben mich bedankt? Sie haben sich das sehr gut für die Orphans? Sie sind sehr für ihre Well-Being. Das ist das Witzig. Wie sind die Frauen, die Frauen zu gehen? Wie viele überlebt Ihre Träume? Sie wollen nicht die Frage. Ich bin nicht zu verletzt. Dann kommt es zu dem Punkt. Was ist das? His lair lies west of the city, across the lake. Look for a cave near the shoreline, and this stone will open a hidden door. Not gonna take me there? I visit the Elder only when I absolutely must. You'll know why once you meet him. I'll come back for you one day. You realise that, right? Ei, ei, ei. Ist nicht sogar dieser Trailer mit Orianna die Geschichte danach? Ich weiß es nicht mehr genau. So, jetzt quatschen wir mal mit Regis. Aber vorher speichere ich, denn das ist der Moment, wo ich mich dann entscheiden muss. Ich werde mich jetzt von Regis umstimmen lassen, aber hier die Vampir-Endquest, die interessiert mich dann doch. Die hänge ich wahrscheinlich als Bonus-Folgen, weil es wahrscheinlich auch mehr als eine ist, noch hinten dran. So, ich werde das Boot landen nahe der Palace, warten für Regis da. Ja, mind telling ihm? Ja, ich werde das Boot landen. Ah! 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. You've worn me down, Regis. Fine, have it your way. Playroom. Let's go. Excellent decision. Time will tell. Ludo-Narrativ natürlich nicht ganz richtig, weil ich so overpowered bin, dass auch so ein Mega-Vampir jetzt nicht so gefährlich klingt, aber okay. Wir werden's ja sehen. Ui, okay. Ist auch drauf, der Regis. Locked. Of course. Regis, rather not have a fistfight with his door. Do you mind? Not at all. Sag mal. Hey, das war meiner. Angeber. Wie immer habe ich keine Ahnung, welches Schwert wo ist. Naja, in Folge 401 kann ich mal passieren. Noob. Empty. Noob. Empty. Ah, das ist schon mega unheimlich, immer mit so einer Spieluhr. Da irgendwas drin, ey. A rocking horse. Rather worn. I suppose it got a lot of use. A tin knight. Well, well. A key tucked behind a picture. Okay. I despise these things. Wooden duck. Somebody broke its wings off. Nice tune. Indeed. Pleasant. It's a shame the mechanism's damaged. A collector's piece, indeed. Every detail exactly as she said. She often spoke of you, my friend. Your velvet lining. And your figurine of lead. Tagebuch. What the? Found a notebook. Property of Isabelle de Roquefort, court governess. The notes of Sianna and Anna Henrietta's governess, when they were little. I'm not sure it will help. But I suppose there's no harm in leaving through them. Ganz schön stürmisch da drin, ne? Sianna gave me a drawing today. Charming. A freshly decapitated body covered in blood. Perhaps not so much. I asked her why ever she would draw such a thing. Her Highness claimed it was a rendering of nightmares which have plagued her for as long as she can remember. Sianna does wake up screaming nearly every night. Save when she shares a bed with Anna Henrietta. Curse of the Black Sun. Supposedly girls afflicted by it had horrible dreams. Kind of horrible that made some of them go mad. The girls quarreled today. I must note rather sadly, they did not behave as befits future ladies. The incident devolved into fisticuffs. Anna Henrietta was first to strike her sister. Sianna gave back as good as she'd gotten. By the time I separated them, Anna Henrietta had lost two teeth. She ran off to complain to her parents. His Grace the Duke refused to believe my version of events. He laid all the blame on Sianna and vowed to punish the little one harshly. Anna Henrietta did her best to have her sister's sentence commuted. But the Duke and Duchess proved unbending. Once you're labeled a black sheep, it's so hard to shed that reputation. Today I accompanied the girls for the first time to the land of a thousand fables. We spent half the day there. First we played with Thumbelina, then with Barbarossa, who proved quite the charmer for a brigand and pirate. I'm beginning to suspect Isabelle de Roquefort wrote in her diary after taking a powerful hallucinogenic. Cannabis Rudolaris, for instance, or... Shh! Don't interrupt. I tip my cap to Master Artorius Figo for his achievement. He has proved he has no equal in the arcane arts. Wait! Artorius was the court mage here. A specialist in illusions. Which means... Regis, last warning. Stop interrupting or I'll seek you in the corner. The girls told me, if I ever wish to visit alone, I need but crack open the land of a thousand fables and utter out loud the incantation, Expecto Ludum. A book as the key to an illusion. My, my, this grows more interesting by the minute. Mage is sent by the conclave arrived today. I came to examine Sienna. I cannot know what conclusions they drew, but his grace now seems clearly upset. Hmm. Curse of the Black Sun. There's no doubt then that she was diagnosed with the syndrome symptoms. Or had that label planted on her. It goes on. I dared ask the Duke what would become of the girl. He did not reply. I tutored the girls in Nilfgaardian today. Sienna applies herself so, though she has great difficulty memorizing new vocabulary. Lady Ana Rieta seems more gifted in this regard, yet also prone to impish behavior. When she thought me out of earshot, she called me a blood accuser. She and Sienna laughed so hard they almost choked. Hmm. Blood air is damned. Or cursed. What's accuser? In the melodious tongue of our non-too-friendly neighbors to the south, the word describes the many-petaled flower that blooms in that place we so un-melodiously call the crotch. Heh heh heh. Heh heh. Heh heh. Hmm. Realize this might sound improbable, but maybe, just maybe, Ana Henrietta tossed Sienna into that illusion. Not impossible. She would be safe there, and isolated. We must see. Where's that book? Das ist echt ein bisschen süß mit den beiden hier. Nothing under the carpet. Did you expect something? Apart from the dust, swept under there by laser. War Lazy Chambermaid nicht die Hauptdarstellerin von Dornenvögel? Hmm. Is it? Let's see. Expecto ludum. Expecto ludum. Regis? 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 Da freue ich mich schon drauf, seit... Seit ich zum ersten Mal den Screenshot gesehen habe von diesem Märchenland. Und jetzt ist es endlich soweit. Willkommen im Land der tausend Märchen. Erlebt eine Reise voller Wunder und habt Spaß. Onkel Artorius. Zauber stabil bis Juni 1252. Ich weiß nicht, in welchem Jahr wir jetzt sind. Wow. Aber hier laufen schon mal Waiper-Dinger rum. Die kennt man eigentlich nur aus dem bayerischen Wald. Okay. Die Aufgabe lautet, folge dem gelben Ziegelsteinweg, der Yellow Brick Road. Die kennen wir natürlich aus dem Zauberer von Oz, oder das zauberhafte Land natürlich. Dann aus dem gleichnamigen Song von Elton John und natürlich aus dem brillanten Song Home von Gorilla Rodeo. Ich würde sagen, der ideale Zeitpunkt für eine kleine Pause. Wir folgen dem gelben Ziegelsteinweg, der Yellow Brick Road ins Zauberland, in der nächsten Folge. Ich freue mich. Bis dann. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich.